Musik Eines Nachts, es war mitten im Sommer, zu einer Zeit, in welcher gewöhnlichen Menschen längst noch tief schlafen, wachte der Kaiser plötzlich auf, drehte sich zu der friedlich neben ihm schlafenden Kaiserin hin, stupste sie sanft an der zierlichen Nase, sodass sie unverzüglich aufwachte. Kaiserin wachen nämlich immer auf, wenn man sie an der zierlichen Nase stupst, und sagte mit trauriger Stimme zu ihr, liebste Gemahle, warum habe ich keinen einen Namen? Wie bitte? fragte sie verwirrt über diese merkwürdige Formulierung. Warum ist es mir nicht vergönnt, jedem anständigen Untertan in meinem Reich einen, nur einen einfachen Namen zu haben? Warum heiße ich nicht einfach Willibald? Du heisst Willibald, erwiderte die Kaiserin zärtlich, es ist dein 234. Name. Ach was, sagte der Kaiser, und Adalbert? Der 312. wisperte die Gemahlin. Der Kaiser wurde nachdenklich. Und wie ist es mit Kunibert, Jagomir und Elmar? Nummer 10, 98 und 332, flötete die Kaiserin. Das ist ja schrecklich. Soll das heißen, dass ich jeden Namen, den es in unserem Kaiserreich gibt, auch habe? So ist es, mein Bester, säuselte die Kaiserin. Genau 333 Namen sind es. Und dann drehte sie sich zur Seite und schlief auf der Stelle ein. Der Kaiser aber blieb wach und zermarterte sich den Kopf, um wenigstens einen Namen, einen einzigen zu finden, den nur er, er allein, für sich beanspruchen könnte. Und schließlich, kurz vor Sonnenaufgang, richtete er sich in seinem Bett auf und verkündete der Kaiserin, nachdem er sich sanft an der zierlichen Nase gestupst hatte, Beste Gemahlin, höre, ich habe einen Namen für mich gefunden, den nur ich, ich allein, für mich beanspruchen werde. Und dann machte er eine lange Pause, während er die Kaiserin fast wieder eingeschlafen wäre und sprach, ab heute heiße ich Kaisernamenlos. Dann schlief er sofort ein, mit der festen Absicht, erst wieder aufzuwachen, wenn man ihn bei diesem Namen rief. Denn ein Kaiser ist schließlich immer etwas Besonderes. Oder?